hallo und herzlich willkommen liebe motorradfreunde heute möchte ich mal kurz und knapp wie es von meinem kanal kennt drei kleine themen ansprechen und zwar das erste thema ist intermod 2016 in köln zweites thema ist gopro hero 5 black die demnächst rauskommt und numero drei ist die auflösung zudem logo meiner meiner visitenkarte generell meines kanal logos weil es ja offensichtlich doch nicht so klar war was ist alles darstellen soll wie ich eigentlich dachte aber ein paar leute haben schon richtig erraten aber dazu später mehr zum thema nummer eins intermod 2016 in köln ja ich habe tatsächlich keine kosten und mühen gescheut und ich werde da hingehen ja und zwar kosten wie dem wahrsten des wortes weil sich das am prinzip total kurzfristig ergeben hat und ich entsprechend die flüge ja auch kurzfristig buchen musste was sich natürlich dann in den kosten niederschlägt ich mein normaler mensch er plant so ist keine ahnung halbes jahr vorher oder so oder vielleicht noch früher und kann dann entsprechend günstige flüge buchen offensichtlich gehöre ich nicht zu diesen normalen menschen ja ich hatte im prinzip das glück dass ich sehr kurzfristig 30 montag bis freitag dass ich eine presse einladung bekommen habe das heißt ich bin am vierten der vierten zehnten das heißt ich fliege halt morgens hin sehr früh morgens kurze unterbrechung ich fahre jetzt extra mal rechts lang krummelstraße für den guten zuschauer geht er dich nichts an ja so heißt er wirklich er wollte dass ich immer lang fahre also krummelstraße ja ich fliege morgens hin super früh also mein flug geht irgendwie ich glaube um sieben oder also noch früher und fliegt dann abends und die 20 uhr 21 uhr wie sowas wieder zurück nach berlin das heißt wie gesagt einerseits kosten zweitens gehe ich davon aus dass es die heftigen strapazen werden aber egal ich dachte presse einladung das kann ich mir nicht gehen lassen da sollte ich vielleicht einfach nicht entgehen lassen das sind das gut zu fahren ist diese krumme straße aber nicht ja ich dachte mir muss man sich halt mal was können kann ich nicht kann ich das angebot kann ich nicht ausschlagen auch wenn der flug halt ziemlich teuer ist und das alles ultra anstrengend wird aber wird bestimmt auch eine sehr 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 coole erfahrung ja eigentlich habe ich natürlich überlegt oder ist der plan ist denn hier wo muss ich lang wo muss ich lang wo muss ich lang eigentlich habe ich überlegt da natürlich dann entsprechend zu film fotos und video material zu machen sehr klar und in dem zuge habe ich geguckt was es so für stabilisatoren dafür die gopro gibt und ich war ein bisschen geschockt dass die offensichtlich guten irgendwie 300 euro oder so kosten dafür dass ich das teil einmal benutze ist mir das dann doch ein bisschen arg arg viel von daher naja weiß ich nicht hole ich mir entweder so ein 30 euro teil die offensichtlich relativ scheiße sein sollen oder ich muss halt mit dem gewackel wie ich dann die gopro eben halte ich meine normalerweise ist ja im helm benutzt sie sonst eigentlich nie also auch keine übung damit wie man das eigentlich macht ja aber keine ahnung wenn ihr da irgendwie erfahrungen mit irgendwie so ein preisgünstigen stabilisatoren gemacht habt könnt ihr mir das gerne auch mal in die kommentare schreiben ja und dann kommen wir mal direkt vom gopro stabilisator zur gopro hero 5 black eine andere machen sie offensichtlich nicht zumindest erst mal nicht ich weiß nicht auf der website stand auf jeden fall nur was von der black edition jo es war so dass ich irgendeine werbung gesehen habe ach Leute was geht ich weiß gar nicht mediamarkt saturn irgendwie sowas und da haben sie die hero 4 silver also die die ich auch benutze für 299 euro angeboten was eigentlich ein ziemlich gutes angebot ist fuck was ist da los und da habe ich doch mal geguckt oder bei mediamarkt und saturn wie es halt so häufig ist wo der haken in der ganzen sache ist ja der haken ist einfach nur der dass am zweiten zehnten müsste es sein ja die die neue rauskommt die hero 5 eben und die offensichtlich einfach ihren bestand den sie noch haben von den dann veralteten kameras ja dass sie einfach raushauen wollen also ich bin auf jeden fall mal gespannt was die neue kamera dann her macht ich habe vorhin nur kurz ein bisschen überflogen von den leistungsdaten also sprich auflösung und framerate scheint identisch zu sein mit der 4er black edition also 1080p bei 120 frames und 4k dann in 30 frames was mehr für moto Ziemlich uninteressant, dass eigentlich für alle Action-Sachen, wo es halt schnelle Kamerabewegungen gibt, sind 30 Frames eigentlich zu wenig. Wir sind hier übrigens auf dem weltbekannten Berliner Kudamm. Und ich finde den ehrlich gesagt total langweilig. Überhaupt so viel Müll, der hier rumliegt überall. Alter. Und heute ist glücklicherweise Sonntag, deshalb ist hier auch so wenig los. Also sowohl straßenmäßig, also verkehrsmäßig, als auch menschenmäßig hat er nichts offen jetzt. Ja, die interessantesten Neuerungen, die ich jetzt, wie gesagt, nur beim schnellen drüberschauen so gesehen habe, finde ich, ja klar, einmal haben sie das Design aktualisiert. Finde ich, sieht ganz sexy aus. Aber wichtiger könnte werden, keine Ahnung, der Bildstabilisator, beziehungsweise der Videostabilisator, der Integrierte. Keine Ahnung, ich kenne mich damit wie gesagt nicht aus. Aber, ja, könnte für Motovlogger interessant sein. Muss man aber schauen, was dann irgendwie die Tests ergeben. Und das andere ist, dass sie wasserdicht ist, ohne Gehäuse, bis 10 Meter. Aber gut, ja. Ja, dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Und zwar die Auflösung meines Logos, was es denn wirklich darstellen soll. Eigentlich ist es relativ trivial. Die meisten haben es schon richtig erkannt. Ich werde euch das jetzt hier nochmal einblenden. Und dazu auch noch ein Vergleichsbild. Oh, hier ist 30. Okay. Vorbild, beziehungsweise Ideengeber für die grundsätzliche Form ist die Frontdecklein, also die Scheinwerfer. Und die senkrechten Balken, in, sag ich mal, jedem Auge, sollen die Säulen des Brandenburger Tors symbolisieren. Und die vier schwarzen Striche, die da so nach schräg oben, auf jeder Seite zwei, rausgehen, sollen die Quadriga symbolisieren. Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Oh, das ist eigentlich auch schon alles. Und was mir gerade noch spontan einfällt, wo ich gerade noch von Visitenkarten und Logo gesprochen habe. Es gab irgendwie zwei, drei Leute, die in den Kommentaren geschrieben haben, ich will auch so eine Karte haben. Ich habe keine Ahnung, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Aber, ja, wenn ihr in Berlin wohnt, dann kann ich euch so ein Ding vorbeibringen, beziehungsweise in den Briefkasten stecken. Dafür brauche ich halt eure Adresse, logischerweise. Und, ganz wichtig bei der Sache, ja, wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt eure Adresse um Gottes Willen nicht in die Kommentare, ja. Ihr könnt mich, klar, via Facebook, via Instagram mit privaten Nachrichten erreichen. Ihr könnt mich aber auch, weil es nicht so viele wissen, scheiße, über YouTube mit einer privaten Nachricht erreichen. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, wie es funktioniert. Ich glaube, bei Kanalinfo, da ist irgendwo ein Button, ja, dem Kanalbetreiber private Nachricht schicken oder irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwie so, ja, die 3W gibt es im Prinzip, Facebook, Instagram und YouTube Privatnachricht. Und, auf jeden Fall, bitte nicht in die Kommentare. So, das soll es dann eigentlich mit diesem Motorvlog auch gewesen sein. Alle 3 Punkte, kurz und knackig, auf den Punkt gebracht. So wie ihr den guten alten Freddy kennt. In diesem Sinne, auch wenn ich mal wieder zu ausschweifend war, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo natürlich besonders freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich verlinke euch jetzt links noch zwei Videos. Die Links packe ich auch in die Videobeschreibung. Diese Videos könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, habt noch einen schönen Tag und haut rein.